Mein Name ist Miriam Stein und ich bin Schauspielerin. Ich mache mir Sorgen. Ich finde, wir testen viel zu wenig. Es kann nicht angehen, dass Menschen denken, sie seien gesund, nur weil sie keine Symptome haben. Ich bin dafür, dass wir alle Altersgruppen, auch Kleinkinder und Säuglinge und ungeborene Babys im Mutterleib, zweimal täglich testen. Es muss Teil unseres Alltags werden, wie Zähneputzen. Zusätzlich, zu unserer Sicherheit und weil er zuverlässiger ist, jeden zweiten Tag zum PCR-Test. Und zwar nur gegen Vorlage eines negativen Tests. Auch PCR und nicht älter als 24 Stunden. Alle Modellrechnungen sagen eindeutig, wir hätten dann innerhalb weniger Tage eine Inzidenz gleich null. Seien Sie solidarisch zum PCR-Test nur noch mit negativen PCR-Tests. rechnung. . Untertitelung des ZDF, 2020